So, jetzt einfach gut. Schön, dass ihr für den Abend hier seid habt. Das freut mich doch. Ich gehe in die Gesichter schauen und komme zum Beginn zurück. Jawohl! Beide ist schöner als die andere hier. Ich gehe gerade mal runter hier. Einmal gucken. Nee, guck. Da habe ich durch die Reihe. Ah, der Kevin, ich sehe schon da hinten. Ja, jetzt kommen wir her. Hier, Kevin. So. Wuscht. Du bist schon wieder da wieder da, oder? Vielleicht jetzt. Na ja. Schick sie jetzt aus, oder? Schick sie. Ja, reizen sie. Reizen reizen. So, und was wir eigentlich über den Abend machen? Wir haben gedacht, wir sind schon eine Weile her. Mit dem Einstellungsgespräch abend gehen. So, ich bin euch an den Planeten. Erstmal hingekommen. Zum Kernwahl. 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 Wir nehmen hier nicht jede. Wir nehmen nur richtige Männer, das ist das Erste. Nur Männer. Und dann natürlich für die Männer auch noch hübsche Mädchen. Hübsche Mädchen. Männer brauchen hübsche Mädchen. Heute habe ich jetzt ein Vorstellungsgespräch. Und zwar kommt die Frau Wegner mit ihrem Florin. Ich weiß nicht, wie da Florin drauf ist. Ich hoffe, Marjolella. Und er hat auch sein Zeugnis mitgebracht. Ich bin gespannt, was da drin steht. Ich habe am Telefon nicht so überall Zeugen, aber schauen wir einfach mal. Ich glaube, dass du da schon mit Löffel gehört hast. Ich habe es noch. Ja, komm ich sie rein. Hallo. Hallo, Frau Wegner. Hallo, Frau Wegner. Hallo. Hallo. Ich bin noch. Ich stehe mal auf. Ich stehe mal auf. Ich stehe mal auf. Wir kommen gleich auf den hier. So, hallo, Nuri. So. Wir sind ja heute zusammengekommen, weil wir schauen, ob du auf unsere Schule passt. Die wird hier. So. So, und fangen wir gerade mit dem Zeugnis an, Frau Ege, oder? Das will ich jetzt mal sehen. Dankeschön. Also, wir sind ja mal so, wie ist es so, ne? Wir sind jetzt ganz alle, Junge, ne? Und ja, da spielt sich einfach so ein bisschen ein bisschen schwierig zurzeit. Ja, ist ein bisschen schwierig zurzeit? Aber eigentlich ganz, ganz lieber mal ein Foto, ganz dazu zu sagen. Ich würde mich trotzdem gerne mal die Jode anschauen, okay? Okay, dann schon. So, also, drin steht. Gucken wir erstmal Deutsch an. Das war deutscher Job. So, Deutsch. Nein, ist jetzt... Es ist jetzt aber nicht so gut. Aber gut geht immer ein schlechtes Fach, gell? Jeder steht überall perfekt. Das muss man sagen. So, Deutsch lingen wir einfach überall. Deutsch nicht lingen. Ja? So gut? Nein, nein, ich sprach immer super im Deutsch. Das ist einfach momentan echt schwierig. Aber, okay. Oiga, ich lass mich da jetzt mal drüber her. So. Du, man hat immer schlecht ins Warten, wie gesagt. So. Also. Englisch, komm. Das ist jetzt aber... Das ist jetzt aber... Auch nicht so super bei ihm. Ja, das ist einfach... Wissen Sie, ich bin ja auch Geschäftsfrau und ja, Flori. Ja, ich kann mich auch... Sie, wissen Sie, ich muss auch mal in Indien Achtung abends finden das Studio und dann... Workout. Workout. Wie gesagt, Kai? Du, Juri. Ich glaub, ich mach den gerade gerade mal, gell? Ich glaub, der rächtst du gar nicht mit deiner Mutter alleine. Ich hab keine Kinder... Wuhuuu! Wuuuhuu! Wuuuhuuu! Ähm... Was ist das denn, also Workout? Ja, was? Das tut uns gar nichts zur Sache. Ja, da haben Sie eigentlich auch wieder recht. Ich hab mir ein bisschen schon... Ich bin ja Sportlehrer, also... Schwimmen! Und auch... ...Fußball! Ja, Fußball sowieso! Wer, Fußball! So. Ja. Ja, deswegen interessiert sie ein bisschen schon natürlich, wenn sie sagen, sie machen Wörter-Wörter-Kautisch. Das ist natürlich, du weißt, echt. Du weißt, man zieht es ihnen aber an, wenn sie sagen, sie sehen spitzenwesig aus, warum nicht. Aber dann hast du gerade über die Flori reden, ich meine... Über die Flori? Aber über die Flori reden? Weißt du sie? Mit dem Flori, das... Guck mal einfach noch ins Zeugnis rein, gell? Also wenn ich mir das so anschaue... Also Englisch ist eigentlich doch nicht so schlecht. Bitte, bitte, Flori, wenn sie... Machen wir es so. Wenn sie regelmäßig zu Wetterabkommen. Dann kommen wir nur jetzt an. Dankeschön.